Hallo und herzlich willkommen zum 44. Let's Play Bericht Ja, ihr seht den Titel Frohe Ostern, es ist zwar nicht Ostern, aber ich habe jetzt mal endlich Ruhe und Zeit für einen kurzen Moment und nehme deswegen auch gleich den 44. auf Nein, es ist noch Mittwoch, der 4., ich weiß Ostern ist erst ab Sonntag, dem 8., aber okay, wie schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt Zeit und Ruhe haben werde Ähm, ja, meine Ideen Ich denke, ihr kriegt ein kleines Ostergeschenk, nichts Besonderes, nichts Großartiges Einfach mal Ich versuche einen Doppelpart hochzuladen, also von irgendwas zwei Parts Hauptsache, das Projekt ist nicht zu groß Hauptsache, das Projekt ist nicht zu lang, also die Videos Wahrscheinlich ist es aber ein Doppelpart von Castlevania Judgment Ich hoffe, ihr freut euch darüber, ich hoffe, euch gefällt die Sache und ja, den werde ich jetzt, das werde ich dann jetzt die Tage in Angriff nehmen, dass ich direkt zwei Parts an einem Tag hochlade Auch quasi, weil wahrscheinlich im Nächst wieder erstmal nichts kommen könnte, zeitlich bedingt Es tut mir wirklich leid und ja An dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen, Tschüss und bis zum nächsten Video